Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, wie immer auf Rängisch. Wir machen weiter hier in dem Giftpumpengebiet und müssen da noch die Sachen holen oder dürfen, wollen. Wie machen wir das jetzt? Ich habe noch keine Ahnung. Schießt der auf mich, bin ich hier? Wahrscheinlich nicht, selbst wenn. Er macht ja nicht, okay. Kann ich von hier aus irgendjemand schon angreifen? Ah, komm. Das war fieser Ballen. Etzer. Yeah, fuck your thing. Oh. Oh, hi. Kommen die jetzt andersrum? Wow, die kommen andersrum. Das ist ja, äh, ne, mächtig. Okay. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Okay. Fuck. Kommt ihr hier nicht her, oder was? Nice. Oh, oder doch? Nee, traut ihr euch nicht, ne? Schön. Puh, so. Haben wir da jetzt alle erwischt? Schon. Sieht so aus. Sehr gut. Ich kann nicht mehr die kleinen Sachen hier alle schnappen. Das ist alles besser wie nix. Große Seele eines tapferen Kriegers. Sehr schön. Okay, haben wir... Ah, nee, da ist noch eine. Ein Skid-Ticket gibt's. Okay. Der hier. Der hier. Oh, wir haben das alles eingesammelt. Das war doch jetzt mal wichtig. Und was schießt hier mit Feuerbällen? Wie irre. Und was... Was? Ich hab das noch nie von hier aus angeguckt. Von da oben schießen Feuerbälle runter. Und was schießt hier. Wie ist denn das? Ich hab das noch nicht, hat da. Ist das nicht so... Ist das nicht so... Rainer kann. Arbeit ist das dir nicht besser. Ich habe das nicht gesehen. Ja, sie ist das nicht zu tun. Ich bin für die Lade. er weiß nicht wo ich bin gut okay er weiß wo ich bin warum hab ich ihn nicht nochmal hingesetzt naja egal eigentlich wollte ich ja mal backsteppen versuchen aber das hat jetzt nicht geklappt so feuerbärchen bleibt ruhig jetzt gehen wir erstmal dahinter was er immer das ist aber das ist creepy das ist sehr creepy okay das war hier glaube ich richtig mies was jetzt kommt ich glaube es war richtig mies kommt nix hallo okay da leisten wir den Eid und wir lernen die Geste das wollte ich sowieso machen das ist gut okay und nein wir ändern das in genau yeah so dann hab ich einen Ring oder irgendwas bekommen ne was macht denn der Ring ich brauche denn das ein Ring für die Erden der Sonne bringt der nix oder was achso Angriffskraft mit Wundern wird ein wenig erhöht nun gut nun gut warum sind hier Menschen gestorben hm gute Frage ne weiß jetzt auch keiner so schnell okay ich würde sagen wir entdecken und suchen und finden jetzt erstmal diese ganzen Dinger hier drin die sind nix die die sind die sind die 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 Drachen-Amulett? Okay. Datschi und Drachen-Amulett. Und die Netzscherbe. Ach Gott, jetzt kommen wir ja wieder in irgendwelche Hüllensysteme rein. Menschenbild. Gut. Da komm ich nicht rein von hier. Okay. Was nimmer denn? Da gab's doch... Sprint-Zauberei. Das war doch nicht schon immer so, oder? Ach, hier war das. Ich erkenne nichts. Da war da grad noch. Da. Du siehst doch. Okay. Wo? Okay, da ist die Leiter. Hier ist schon wieder ne Leiter. Das war jetzt ne andere. Moment. Moment. Okay. Was ist denn das hier für ne Leiter? Aha. Ah. Die kann ich noch nicht. Giftstein. Toll. Toll. Oh, beinahe gestorben. Das soll jetzt glaube ich auch ein wenig aufpassen, was man da so tut. Unglaublich. Unglaublich. Einfach nur. Unglaublich. So. Wohin. Wohin nun. Da. Hier. Ne. Das ist schon wieder die Leiter. So auch. Oh. Hoch da. Ja. Aber um dran geht's. Okay. Äh. Hier runter? Jetzt sind wir wieder hier. Ne. Ich würde sagen. Okay. Lass mal gut sein. Ne. Jetzt ist die Frage. Mach ich schnell nochmal. Ja. Ich hab. Einfach nur noch einen. Ein Flakon. Da gehen wir nochmal schnell zurück. Ah. Gott. Warte mal. Da ging's doch auch noch irgendwo. Ich? Ne. Okay. Vorsicht. So. Puh. Hab ich zufälligerweise eine Scheibe eingesammelt? Und wenn ja, wie schaut die aus? Das weiß ich ja selber nicht. Egal. Ich werde schon keine eingesammelt haben. So. Oh. Oh. Bleib da. So. Jetzt geht er weg. Kommt der jetzt etwa da hochgelaufen? Nee. Das kann der doch nicht. Ja, nein, nein, nein. Doch. Ja, das wird ja immer dreister hier. Dass die plötzlich alles können. Ja, das wird ja immer dreister. Ja, das wird ja immer dreister. Das habe ich das Mikrofon gemutet und weitergegeben. Okay. Gehen wir erstmal hier. Was? Vorsicht. Du bist ein kleiner Fiesling. Du hast vor allem keinen Hut auf. Du hast noch einen Helmet, mein Freund. Du bist schon mal gestorben, aber ich höre hier irgendwas. Achso, da sind die Viecher unter mir. Alles klar. Oh, nee. Soll das schon dauern, oder? Hey, gut. Lügner voraus. Was heißt das? Bist du ein kleiner Zwerg? Vergiften lässt du dich schon mal nicht. Komm, komm her. Hallo. Oh, doch, du lässt dich vergiften. Sehr schön. Ah, der kam ja einfach... Was zur Hölle bist du? Ekelhaftes Viech. Du bist ja einfach von da drüben jetzt gekommen, ne? Aber da kann ich doch nicht hin. Oh, ich falle doch da jetzt in den Tod. Mann, 11.000 zählen. Egal. Ich war hier noch nie. Mal wieder. Was? Wie, nicht im Inventar. Hi! Was machst denn du hier? Oh, Hartstallring plus eins. Sehr schön. Ring voraus. Wieso hab ich denn... Ich hab doch... Ich hab doch einen gefunden gehabt. Ich hab doch einen gefunden gehabt. Ich hab nie... In fact, ich hab niemals ihn gebeten. Aber dann, ein Tag... Jetzt bin ich sicher. Aber er... Wenn nur jemand mein Gehirn hören würde, mein Bruder... Sobald ich ihn... Wenn... Ich hab den doch im Inventar gehabt. Ich hab doch einen eingesammelt letztens. Scheißdreck. Ring der Klingen. Was war an der Hartstallring? Erhöht körperliche Abwehr. Hm. Na ja. Was war an der? So an der gebracht. Maximale Belastung. Na ja. Ach so, ja, na ja. Hm, nee. Bräuchte ich ja eigentlich nicht, ne? Könnte ich ja eigentlich ablegen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Hey. Das könnte ich doch gleich mal von hier aus abschießen. Na. Und dich vor allem. Du bist ganz schön ekelhaft, wenn man da vorbeiläuft. Noch was? Noch jemand? Au. Okay. Dicke Mann. Man bahnt sich seinen Weg. Okay. Jetzt aber niemand mehr. Nein. 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 Nee, da gehen wir außen rum. So, Irrdenspitze. Okay. Gibt es die Hammerguys noch? Sieht nicht so aus. Hallo? Kann ich euch... Was seid ihr eigentlich? Ihr wart auch noch nie da. Hey, nette Abschießen. Okay, jetzt ist die Frage, schaffe ich das, wenn ich jetzt da... Muss ich da einfach nur laufen oder muss ich springen? Das wäre wieder die Frage, ne? Bestimmt springen. Aber wenn ich da falsch springe. Nope. Ich hätte nur laufen müssen. Ich hätte nur laufen müssen. Mist. Da wäre doch der Boss gewesen. Verdammt. Naja. Was soll's. Hm. Hm. Das war die Nummer 1. Das war die Nummer 1. Ach, da sieht er mich wieder nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das war die Nummer 1. Jetzt kannst du sind. Au! Freca! So are we the hits? Yep. Gott, macht der schnell Erblutung nur. Gefährlich. Gefährliche Sache. Das gefällt mir. Mit diesem Vergiften. Wir machen das wieder exakt genauso wie das letzte Mal. Ah, ich hätte ich beinahe vergessen. Ich hätte ich beinahe vergessen. Kann ich eigentlich solche Töpfe kaputt? Nein, natürlich nicht. Okay. Halt! Feuer! Feuer! Okay. Ne, ne, da baue ich eigentlich auch nicht, weil du tust dich auch wieder total durchvergiften. Patsch! Und da ist er kaputt. Wunderbar. Dann kann ich ja jetzt da hin wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich und was vergessen? Ne, ne. So. Jetzt ist die Frage. Soll ich mal Menschlichkeit einwerfen und dann... Ja, doch, das macht Sinn. Dann hole ich mir einen. Nein. Nein. Praise the sun Bist du Reicht doch einer? Wahrscheinlich reicht einer, oder? Weiß nochmal, worum es hier geht Ach Gott, der Mach doch nicht lang rum Möchte er überleben Mit seinen Doppelkeulen Dualkeulen Nicht schlecht, der gute Mann Nicht schlecht Das war ja jetzt Also wirklich Nice hast du es gemacht Da musste ich nicht mal was tun Wäre nicht sehr Und ich habe ein Sonnenlichtmedaille Das ist ja schön Das ist ja ein Traum Okay, war hier noch irgendwas? Nein War nichts Nein Ja, läuft voll einfach raus Genau das Das hätte ich gern Hier Genau So Und dann mal schnell reisen Nach Machula Und dann kann ich da zurück Und auch in diesen einen Raum rein Das ist ein bisschen weniger gefährlich Aber mit Na ja 10 10 12 13 14 15.000 zählen Muss am Anfang ja noch nicht sein Immer noch nicht Immer noch nicht Oh Glaub ich eigentlich mittlerweile Besser als Hütling Funden Boah, besser, ne? Alles relativ Alles gut Dann steigen wir halt einfach mal auf Ja Seek Souls Habe ich ja hier Ne Natürlich nicht Warum auch? Kondition Oder machen wir gleich mal Stärke Damit wir Allround-Talent sind Oder machen wir Zauberkraft jetzt mal Komm, wir machen mal Zaubern Damit ich irgendwann mal Schweizer verzaubern kann Also Ja Okay Und die lokale Aufnahme Wende ich jetzt und sage Bis zur nächsten Folge Tschau